Und wo wohnst du denn jetzt? Aktuell bei Mom sozusagen. Es geht ihr gut. Dachte, mir ist interessiert dich. Irgendwie bin ich jedes Mal noch ein bisschen nervös. Nervös sein ist gut. Du voran, ich folge. Okay. Hörst du das auch? Mei? Nein! Mei! Mei! Mei? Mei? Wenn du mich hören kannst, gib Lichtzeichen. Nein! Ich stehe jetzt nicht! Oh Gott! Wir müssen die Felsen anheben! Nein! Hör auf! Das funktioniert so nicht! Hör zu, du tust jetzt, was ich dir sage. Du machst einen kontrollierten Aufstieg. Wenn du oben bist, holst du Hilfe. Hilfe! Dann musst du mir die zusätzlichen Presseflaschen bringen. Ich will deinen Timer aus 20 Minuten. Ich will, dass du dich jetzt zusammenreißt. Es ist aber ein Haus auf der Karte. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie das enden kann. Hab fast keine Luft mehr. Jetzt nicht aufgeben, klar? Ich will, dass ich will! Es tut mir so leid. Drew, du hast alles versucht. Ich werde dich hier nicht sterben lassen! Ich werde dich hier nicht sterben. Untertitelung des ZDF, 2020